Das Motel Bianco liegt in Miami in Florida. 31% der Gästen empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel bekommt 2,7 von 6 Sonnen und scheint in vielen Bereichen Verbesserungspotenzial aufzuweisen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 18 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Lage und Umgebung. Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,2 von 6 Sonnen. Zimmer. Die von den Gästen vergebenen 2,9 von 6 Sonnen für die Ausstattung der Zimmer bieten. Viel Raum für Verbesserungen. Hotel allgemein. Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2,8 von 6 Sonnen. Service. Für den Service vergeben die Gäste des Hotels 2,8 von 6 Sonnen. Gastronomie. Gastronomisch enttäuscht die Küche des Hotels. Die Gäste geben nur 2,7 von 6 Sonnen für die Küche. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 1,3 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.